Abgeliebt Niemand hat das Recht, einen anderen Menschen zu besitzen. So viel war ihr von Anbeginn klar gewesen. Auch jetzt, da ihr Matteo längst all die widerwärtigen Abgründe seines getriebenen Ichs offenbart hatte. Und doch waren die schalen Reste ihrer zerrütteten Zweisamkeit die unbarmherzige Folge ihres eigenen Elends. Sie war eine Besessene, und sie wusste es auch. Dumpf halten die Worte, mit denen er erneut versucht hatte, sich ihrer zu entledigen, in ihrem Schädel wieder. Er hätte auch auf sie spucken können. Nichts brachte sie auch nur annähernd mit ihrem Spiegelbild von früher auf Augenhöhe. Die gemeinsamen Kissen, in denen er es immer wieder mit anderen trieb, waren noch warm. Es roch, abgestanden, wieder mal. Ich bringe dich um, du verdammter Hurensohn, rührte sie mit einer Stimme, die einmal mehr verriet, dass sie viel zu viel trank. Manchmal heulte sie auch einfach nur hysterisch und bohrte dabei ihre Fingernägel tief in die Bettpfosten, an denen sie sich zugleich festhielt, um den körperlichen Schmerz zu spüren und trotzdem unter der Pein nicht zusammenzubrechen. Diesmal war es anders. Sie wurde ruhig. Sehr ruhig. Matteo hantierte in der Küche und rauchte. Das Brotmesser, das unschuldig in seinem Block steckte, bekam sie zuerst zu greifen. Er sah zu ihr herüber. Dann weiteten sich seine Pupillen. Die Zigarette, die er im Affekt fallen ließ, landete glühend heiß auf ihrem nackten Spann. Sie schrie wie am Spieß und erwachte. Schweißgebadet saß sie im Bett und starrte in die Dunkelheit. Filou hatte sie in den Fuß gebissen. Seine innere Uhr gab dem verdammten Kater recht. In wenigen Minuten würde sie aufstehen und ihm sein Futter hinstellen. Das Fenster war offen. Die Luft angenehm kühl. Matteo lag auf dem Rücken und schnarchte. Ihr Magen zog sich schlagartig zusammen. Und plötzlich wurde es in ihren Gedanken taghell. Sie musste etwas ändern. Noch heute.